Die drei Freundinnen Stine, Anna und Caro leben in Arendshoop auf dem Dars und könnten unterschiedlicher nicht sein. Dennoch vermag nichts und niemand sie zu trennen. Bei ihren Treffen in Stines Café oder am Strand sind sie füreinander da. Sie unterstützen Stine, als sie ins Gefühlschaos gestürzt wird, denn kurz vor ihrer Hochzeit tritt ihre erste große Liebe wieder in ihr Leben. Sie begleiten Anna, die sich mit einem ungeahnten Kapitel ihrer Vergangenheit konfrontiert sieht, als sie von einem Unbekannten ein Haus in den Dünen erbt. Und sie stehen Caro bei, als sie mit einer unverhofften Schwangerschaft in Bedrängnis gerät. Ist das Kind von ihrem Geliebten verlobten oder einer einmaligen Affäre? Egal, was das Leben für Überraschungen für sie bereithält, eines steht fest, Mädelsabende können Wunder wirken. Die Bestsellerreihe Ostseeliebe von Frieda Luise Sommerkorn erzählt mit viel Liebe von der Freundschaft dreier junger Frauen, die gemeinsam den Problemen des Alltags trotzen.